Herzlich willkommen hier nach langer, langer Zeit mal wieder zum Mats Cup, die erste Folge der News. Und ich darf, ach das ist schon nostalgisch fast, an meiner Seite den einzigartigen, wunderbaren Alexander Schmidt begrüßen. Hallo. Wunderschön gesagt heißt das. Für dich auch schon lange her. Alles Klärchen. Aber nicht nur Smitty ist dabei, nein, ich hab mir, weil es ja auch der Mats Cup ist, und wir gedacht haben, wir legen noch so eine kleine Schippe drauf, mir noch zwei ganz besondere Gäste ins Boot geholt. Und zwar, ich würde sagen, der Herzens Wunsch war, sie dabei zu haben. Er ist in Erfüllung gegangen. Olli und Nede, ich begrüße euch ganz recht herzlich. Ja, hallo, vielen, vielen Dank, Matze. Ich freue mich sehr, dabei zu sein dieses Jahr. Ich habe hier die Sonderaufgabe als Notar zu fungieren und die Überwachung der Preise quasi vorzunehmen. Und dafür zu sorgen, dass die richtige Person den richtigen Preis bekommt. Du weißt, wie es läuft. Der Pokal geht an mich, logischerweise. Ja, und wir haben auch noch Nedim. Hi, ich bin's Nedim und ich bedanke mich auch vielmals, dass ich hier dabei sein darf. Warte mal, Nedim, hatten wir nicht gesagt, du sollst die Jacke anziehen? Was? Nein. Nächstes Mal hast du hier fälligst eine Anzugsjacke anzuheben. Das ist mein Lieblings-T-Shirt. Ja, gut. Boah, ne, ich meine, siese Jacke. So, aber trotzdem bedanke ich mich, hier dabei sein zu dürfen und ich bin im Endeffekt dafür da für die Zierungen. Ich entscheide, was ihr spielt. Ja, somit hat jeder seine kleine Aufgabe und ich würde sagen, gehen wir mal direkt über. Ich erkläre euch mal ganz kurz, was ist denn eigentlich der Matze Cup? Ja, wir haben uns gedacht, wir haben keinen Bock mehr auf Meta-Turniere, wir lassen das ganze T1 und T2 raus und haben dementsprechend eine Bandis erstellt. Somit, also, was heißt wir? Ich. Somit, ich hab dir die da mal hingelegt. Du kannst ja mal ganz kurz drauf eingehen, was da so an Besonderheiten drin ist. Kann ich mal drüber fliegen. Schauen wir mal. Also, Emancipator, gut, sehe ich irgendwo ein. Ja, sehe ich auch irgendwo ein. Also, ich hab mir da schon sehr viel Mühe gegeben. Sie ist sehr detailliert. Also, ich, ich, ich sehe schon. Also, Trickster, gut, das war vor einem Jahr mal erfolgreich, kann man vielleicht nehmen. Prankids hat eine YCS genommen. Ist okay, ist okay, ist okay. Warum steht da Kaiju, OTK und Madocche drauf? Die haben doch, doch überhaupt nichts gegessen. Ja, aber Madocche hatte doch mal auch einen Top, nachdem es dann Meta war. Also, ich hab eigentlich alles rausgenommen, was irgendwann mal irgendwie wo getoppt hat in den letzten zwei bis drei Jahren. Plus noch ein paar Einzelkarten. Einzel, Einzelkarten? Ja, also, es ist ein paar Decks sind raus. Warum, warum bannen wir denn Imperial Order oder Utopia Double? Was, was, was soll das denn? Ich fand das unfair. Das ist nichts für mich, tut mir leid. Also, so mach ich nicht mit. Äh, Maurice, kannst du den mal bitte wieder einfangen? Dann kommen wir jetzt einfach schnell zur Gruppenphase und zur Vorstellung der Teilnehmer. Olli, du unterstützt mich mal ganz kurz dabei. Okay, ich spring da gerne für den Smiddy ein. Okay. Brauche ich ein bisschen mehr Screen-Präsenz, damit man das jetzt schön über die Bühne bekommt. Besser ist es. Wir haben das Ganze nach Gruppenphase geordnet. Das heißt, wir haben vier mal vier als Gruppe. Gruppe A bis D. Und wer ist denn alles dabei? Du hast hier so eine schöne Liste. Ja, das fängt ja an in Gruppe A mit Matze ab. Du spielst? Kenn ich nicht, nee. Okay, also wenn, dann Smiddy. Aber der ist ja jetzt gerade noch auf Flucht. Ich hoffe, dass Maurice den einfängt. Er hat einen Lasso dabei, der Maurice. Der steht auch solche Sachen. Ja, aber Smiddy ist auch in der Corona-Krise ein bisschen auseinandergegangen. Vielleicht ist es Lassau nicht Rosi noch. Er ist immer nicht der Gang allein damit. Das stimmt. Ja. Ich empfehle Social Distancing vom Essen. Das ist keine gute Idee. Mach das nicht. Okay, wo wir gerade von Essen sprechen, der zweite Spieler. Kartoffelkiste. Ja. Genau, das sind die vier mit Wiebke. Also drei plus Wiebke. Plus Wiebke, ja. Sehr kreative Bewerberphase, ihr habt. Waren ganz vorne mit dabei. Also mittlerweile ist das Team quasi jedem ein Begriff, beziehungsweise die Wiebke. Richtig. Also wer mit dem Begriff Wiebke nichts anzufangen, weiß raus. Dann haben wir den Kartjournalist. Ist ungefähr genauso kreativ wie Kartoffelkiste. Aber ist allein. Und qualitativ noch ein bisschen besser. Und ein junger Mann, der sogar schon mal auf die deutsche Meisterschaft eingeladen wurde, um dort dann vor Ort zu Yu-Gi-Tuben. Und das passiert nur den besten. Also so Leuten wie dem Schattenspieler zum Beispiel. Ja. Oder mir. Ja, irgendwann mal. So, dann haben wir den jüngsten Teilnehmer im Feld. Das ist Tempest Yu-Gi-Oh. Unser Küken, genau. Ich rute natürlich für ihn. Immer. Also von daher. Ich muss sagen, ohne Witz, von den Bewerbungen. Der hat mich überrascht. Das war einer von wenigen, wo ich gesagt habe, der hat Bock. Das hat man richtig rausgehört. Ich hoffe, er kommt weit. Also wirklich. Das ist die Gruppe A. Das waren die ersten vier Teams, beziehungsweise Spieler. Machen wir weiter mit der Gruppe B. Da geht es los mit der Yu-Gi-Oh Hobby Liga. Persönlicher Meinung ist, dass der Name super ist. Also es baden sich so viele Witze einfach an mit Yu-Gi-Oh Hobby Liga. Das ist richtig. Es ist leider auch vom Namen her sehr auf das Können zu schließen. Aber man muss ihm zugutehalten, er hat halt Mockis. Ja. Eben. Immerhin. Also der Eiweiß-Shake ist hier geschüttelt. Dann haben wir Team Insanity Yu-Gi-Oh. Ja, hat sich jemand gedacht, wir suchen uns mal drei Begriffe aus einer Box, ziehen davon zwei raus und dann haben wir Team und Insanity gehabt und ein Teamnam am Ende. Du darfst das nicht erzählen, aber Smitty hat mich sehr lange bekniet, dass sie dabei sind und irgendwann haben wir sie dann einfach mit. Ja. Aber viel Glück. Auch an dieses Team viel Glück. Aber bitte lass den Hut weg. Dann haben wir die Salt Collection, bevor du jetzt hier zu salzig wirst wegen des Hutes. Na, mit dem Salz, das ist eher so Smitty sein Part. Okay. Ja, also es wurde auch schon angedacht, dass er zweimal im Turnier mit dabei ist, ist aber tatsächlich ein eigener Kanal und qualitativ sehr hochwertig zu empfehlen. Ja, und dann habe ich hier noch Schattenspüler steht da. Ja, genau. Das ist ein Hochqualitätsprodukt aus dem Hause Mats Up. Solltet ihr euch auf jeden Fall zulegen. Nein, der gute Maurice ist natürlich auch mit dabei. Nein, ich meine, es ist der Mann, der ist der Weltraum-Cowboy. Der Gangster der Liebe. Yeah. Yeah. Yeah, yeah. Also von daher, ich drücke auch ihm die Daumen. Ich habe viele Daumen zu drücken dieses Mal, glaube ich. Hast du vier Hände? Ja, ja. Dann sind wir schon in der dritten Gruppe, Gruppe C sozusagen. Da haben wir den Julio. Auch einer der größeren Tuber. Ich mag diese Wortspiele. Also früher bei dem guten Claudio aus Österreich. Der war dann eben der Claudio. So. Und von daher, der hat große Fußstapfen zu füllen und vielleicht kriegt er es ja hin in dem Turnier. Ich hoffe es auch. Dann haben wir Yugi Tubi. Yugi Tubi. Mein Favorit der Bewerberphase. Beste Bewerbung abgegeben. Die meisten Punkte auch bekommen von unserer Jury. Wir haben das ja zum Schluss nochmal ausgewertet. Und erwarte ich auch ganz viel kreative Videos zu. Okay. Na, dann ist der Druck bei ihm auf jeden Fall da. Muss. Hoffen wir mal nicht, dass er sagt, ich bin jetzt im Turnier drin und jetzt... Mal schauen. Dann haben wir den Obertin. 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 Das Obertin. Oh, okay. Ist das aus Frankreich ein Teilnehmer? Ein internationales Feld? Ich weiß es nicht. Aber er fährt auf jeden Fall viel mit dem Zug. Okay. Gut. Er kommt hier rum. Das ist wichtig. Du kommst ja nur mit einem Zug zu den großen Turnieren, wenn sie wieder stattfinden. Von daher schon mal eine wichtige Qualifikation. Und der letzte in diesem Team, in dieser Gruppe vielmehr ist Yu-Gi-Ohs Nice Guy. Ja, der sollte auch eigentlich fast jedem jetzt schon bekannt sein. Der wird von mir eigentlich in jedem Stream, in fast jedem Video, sage ich ganz zum Schluss nochmal, wenn er mal so fünf Minuten, schwarzes Bild und dann komme ich nochmal rein und sage, guck, Yu-Gi-Ohs Nice Guy. Ich kenne ihn persönlich, das ist der Mann mit der besten Frisur ever. Wie kann man solche Locken haben? Ich freue mich einfach, dass er dabei ist. Ja, ist auch schön. Und wo wir gerade von Leuten sprechen, bei denen wir uns freuen, dass sie dabei sind, der TCG-Arzt Jens ist auch wieder dabei. Einer deiner treuesten Unterstützer, würde ich sagen. Ist mein einziger Freund aus Halle. Alle anderen hassen mich da. Nein, das nicht. Aber mit Jens, ihr wisst Bescheid. Der hört irgendwie zum Kader. Auf jeden Fall, ja. Dann Yu-Gi-Base. Yu-Gi-Base sind vier Jungs, die sehr, sehr, sehr ambitioniert sind, in Yu-Gi-Tubing-Welt hineinzukommen. Das ist sowas, das hört man sonst in Jobzeugnissen. Ich versuche das gerade gut zu reden. Halt mich davon nicht ab. Ich lese hier zwischen den Zeilen. Nein, alles gut. So, und dann vorletztes Team im Bunde, Zenkaro-Fun. Zenkaro-Fun muss man sagen, er kommt aus der Schweiz, glaube ich. Im Sommer, da regnet es, im Winter, da schneit es in der Schweiz, in der Schweiz, in der Schweiz. Ja, ist auf jeden Fall jemand, der auch eine sehr kreative Bewerbung abgegeben hat. Vom Humor her mich genau getroffen. Bei den Judges in unserem Stream war das nicht ganz so. Also eine sehr, sehr komische Art von Humor. Ich mochte das sehr. Ihr müsst für euch selber entscheiden, ob das was für euch ist. Okay. Und last but certainly not least, Chiok LP. Ja, die beiden Jungs sollte man jetzt auch kennen. Also zumindest den Namen Chiok LP. Wer von wem welcher ist, ist eigentlich vollkommen egal. MJ, ne? Marco, Jakob, Jakob, Marco, Markop. Keine Ahnung. Sind beide irgendwie... Aber spielen auch mit. Die spielen sogar sehr gut. Das ist ja das Ding. Also sie sind auf jeden Fall Turnierspieler. Und haben sehr, sehr, sehr viel Background. Vielleicht sind sie beide sehr schnell und bewegen sich so schnell, dass man gar nicht merkt, wie sie die ganze Zeit austauschen. Achso. Das ist dann dieser... Das ist eigentlich 2 gegen 1. Achso. Ja, könnte es sein. Aber gut, brauchst du nicht mehr, oder? Ich hole den Schmini wieder rein. Ja, wenn der schon wieder da ist, ich weiß es ja nicht. Ich glaube, der Maurice hat das. Maurice, wie sieht es aus? Komm wieder hin. Schön, dass du wieder da bist. Sind sie durch? Nein. Matze, hast du jetzt endlich die Deck ziehen? Nein, wir reden jetzt erstmal über die Preise hier. Kommt du, lass dich gerade eben neben mir. Hey, Ruhe, Glücksfee. Du bist dann später wieder dran. Wir haben dieses Jahr einen fantastischen Hauptsponsor für den Matze Cup. Ohne den wäre es überhaupt nicht möglich. Das ist Card Market. Ihr kennt die Plattform selbstverständlich. Die beste Möglichkeit, um eure Karten anzukaufen, zu verkaufen oder eben auch alle möglichen Boosterpreise euch zu besorgen. Und für diese Plattform können nicht nur die Spieler im Turnier, sondern auch ihr daheim Preise gewinnen. Einfach nach jeder News auf die Facebook-Seite von Matze ab. Und dort könnt ihr dann erfahren, wie ihr mitmachen könnt und selbst ein paar Gutscheine abgreifen, mit denen ihr dann auf den verschiedenen Händlern bei Card Market einkaufen könnt. Darf ich jetzt endlich ziehen? Ja, mach doch was du willst, Glücksfee. Was ist dein Rock an? Aber wo ist hier die Schüssel? Nee, dann pass auf! Oh mein Gott, der Bergwind war! Ach du Scheiße, der Glücksfee. Ja, ich hab ihn gerade so bekommen. Wow, immer diese bedankten Laut hier. So, in der ersten Runde spielen Smitty mit Maschina gegen Kartoffelkiste mit Amazonisch. Dann auch noch Card Journalist mit Yusenju und Tempest Yu-Gi-Oh mit Gier-Gier. Yu-Gi-Oh Hobby-Liga spielt mit Light Sworn und Team Insanity Yu-Gi-Oh Kubik. Soul Collection führt mit Satellar Knight und Schattenspieler mit Cosmo. Julio spielt Paleo und Yu-Gi-Tubi Trap Tricks. Aubertin spielt Witchcrafter und Yu-Gi-Oh's Nice Guy spielt Zombie Sworn. TCG Atzen Jens spielt die guten alten Niederträchtig und Yu-Gi-Base auch ebenfalls Trap Tricks. Karofan, Gradle Kaiju und Hyok LP Kapuri. Was sind das für einen Namen? Ja, das sind die Namen unserer Teilnehmerinnen. Und ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich und auch der liebes Midi auf die schönen Spiele, die wir mit diesem Deck sehen werden. Bist schon aufgeregt? Oh ja. Du darfst ja auch antreten, freust dich schon auf dein erstes Deck. Du dann nicht, du dann nicht. Überhaupt nicht. Aber nichtsdestotrotz, das war's schon für die ersten News-Folge. Das heißt, wir verabschieden uns jetzt bis zum nächsten Samstag. Die Spiele finden immer für die Gruppenphasen. Jeweils Gruppe A am Montag, Gruppe B am Dienstag, Mittwochs Bergfest, dann waren wir frei. Donnerstag, Gruppe C und am Freitag die Gruppe D. Und dann folgt am Samstag der Roundup mit Unig. Was ihr noch wissen solltet, ist, dass wir auf der Facebook-Seite auch noch zusätzlich, da wir ja von Market gesponsert sind, jeweils für jede News-Folge einen 5-Euro-Gutschein für Neuanmeldungen rausgeben. Das heißt, wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann tut das doch einfach, wenn ihr euch einen neuen Account erstellt. Gebt unten links im Anmeldeformular folgende Namen ein, den ihr unten in der Ecke seht. Und dann unterstützt ihr das Projekt, den Mats Kapp und im Endeffekt auch mich, Smitty, kriegt nix wie immer. So, und mit diesem Wissen lasse ich euch zurück. Ich bedanke mich fürs Zusehen bei unseren Moderatoren und freue mich dann zur nächsten Folge von... Ja, ich wollte gerade JL News sagen. Was ist denn hier los? Ich meine doch, Mats Kapp?